Hat er jetzt ein Screen gemacht? Ich hoffe. I hope. Schicksalsvertrauen. Erfolg. Jawoll ja. Das volle Spektrum. Eins. Boah, sieht schon irgendwo gruselig aus, oder? Aber auch irgendwie geil gemacht. Ich kenne das ja noch. Ja, das würde mich auch nervös machen mit so einem Vieh. Das muss ich mal eben schauen. Ich weiß gar nicht, komme ich da irgendwo hin? Da komme ich, glaube ich, auch noch wohin. Ich glaube, ich muss da lang. Wow. Geil. Da haben wir aber auch noch mal eins von. Warte mal, hier mit Kandauers machen. Wow, guck euch das an, da oben. Oh, guck mal, hier ist ein Rätsel. Wie so oft. Sondern wird das Licht des Lebens haben. Der wird nicht wandeln in der Finsternis. Der wird nicht wandeln... Achso. Gibt es da noch mehr? Ich bin das Licht, wer mit nachfolgt, okay? Äh, warte mal. Machen wir es mal so. Ich bin das Licht. Der wird nicht wandeln in der Finsternis. Sondern wird das Licht des Lebens haben. Zack. Bam. Beim ersten Versuch. Geil. Okay, wir haben das erste Licht erstrahlt. Ich glaube, wir haben noch ein paar Rätsel mehr. So, den haben wir ja. Gut. Wir müssen die anderen, glaube ich, auch anzünden. Geh mal kurz... Oh, wo bist du denn? Achso, wo muss ich dich denn hier stellen? Oh, ich glaube, das muss ich erst machen, wenn die hier aufgeladen sind. Mal kurz gucken. Kann ich den benutzen? Nö. Alter Falter, wie komme ich denn jetzt da hoch? Achso. Wahrscheinlich. Gibt es hier... Jawoll. So. Ne, hier komme ich, glaube ich, wieder... So. Was ein Rätsel. Mein lieber Scholli. Aktiviere alle Lichter. Nein! Ach, verdammt mich. Aber ich glaube, bei den Lilan komme ich runter. Ich kann, glaube ich, hier hoch, oder? Geht das hier hoch? Achso, hier ist der Ausgang. Aha! Hier geht es dann weiter. Ne, ich muss, glaube ich, zu dem anderen. Oder kann ich das nicht von mir aus machen? Nö. Da komme ich nicht hoch. Eieieiei, also wieder hochklettern. So. Muss ich mal einmal kurz gucken. Ich glaube, ja. So. Ja, das muss ja erst... Ah, das hatte ich schon geschafft. So, jetzt muss ich da rüber. Ich muss da hinten hoch. So, dahin muss ich. So. So. Noch einmal. Und dann... Hopp. Achso, hier ist ein Hebel. Haha. Da bin ich fast dran vorbeigelaufen. So. Und jetzt? Was habe ich jetzt aktiviert? Ach, blau habe ich aktiviert. So. Das aktivieren wir, glaube ich, rot. Ja, jetzt habe ich rot aktiviert. Alles klar. Und wie kommt der kleine Adam wieder hier runter? Ach, da. Uuuuuh. So. Und jetzt? Kann ich die bewegen? Ne, ich dachte. So. Und jetzt ist es wahrscheinlich... Da. Guck mal her. Und jetzt muss ich die Perle wahrscheinlich da reinstellen. Das ist immer so meine Vermutung. Blau. Nicht richtig? Achso, das muss genau drauf. Guckt das nicht? So. Aha. Aha. Also sind schon nett die Rätsel, oder? Sind schon nett. Sind auf jeden Fall geil aus. Was? Ich mache da mal ein Screen von. Leider funktioniert das heute alles nicht so, wie ich es gerne machen würde. So. So. Aufi. Oh. Und hier. Und hier. Und hier. Da geht es nicht weiter, da vermute ich ganz stark entweder da lang, warte mal, ich gehe mal kurz hier hoch, ich gehe mal kurz gucken, oh ich habe gerade Streifen im Bild, ich weiß nicht, ob man die im Stream gleich auch sehen wird, das ist natürlich nicht so schön in der Aufnahme, alles klar, dann gehen wir mal hier rüber, mit den Kristallen, sieht ja schon nett aus, ne? Okay, hopp und Black Rubble, aber wenigstens hat man hier jetzt eine Loslasstaste, bei den meisten anderen Spielen, die ich hatte, musste man immer springen, gerade hier Herr der Ringe oder so, da sprichst du natürlich immer daneben. So, jetzt müssen wir da runter, wie komme ich jetzt da? Okay, so klettern wir mal weiter. Und was ist bei euch so los gewesen? Achso, achso, wie soll er denn hier runter springen? Was ist los? Ja, das Sound ist nur ein bisschen creepy, oder? Ja, ich finde das lustig, dass er sich dann automatisch bückt. Oh, jetzt wird es aber booster. Ja, jetzt geht es wieder. Also teilweise ist es wirklich dunkel. Und dann könnt ihr ja seine Fackel dann machen, ne? Das wäre ja eine Idee. Ach, hei je. An die Türchen. Ja, guck mal. So, was ist das denn? Sechs, sieben? So, dann machen wir mal da oben. Einfach mal durchgehen. So, dann haben wir hier. Einfach mal so ein bisschen. Okay. Ne, das muss so bleiben. Okay. Die sind offen, die sind offen. Hm, der ist nicht offen. Also muss ja doch was anderes hin. Warte mal, so ein Sechs, Sieben, Acht. Ja. Jetzt ist das Ding offen. Bleib doch mal da. Äh, Acht sind das, ne? Ja, dann kommt da. Damit ist der offen. Wir brauchen aber... Wir brauchen das. So, muss man den wieder aufmachen. Lassen wir das mal so. Ähm... Das sind gerade Acht, Neun, Zehn. Lassen wir jetzt nicht offen. Der hier, ne? Ja. Sechs, sieben, acht. Jawohl. Juhu. Ich habe mir auch schon überlegt, wenn ich dann mit dem Spiel durch bin, dann schneide ich nochmal ein... Vielleicht ein Lösungsvideo. Mal schauen, mal schauen. Oh, ah, guck mal. Jetzt ist wieder raus. Das ist... Das volle Spektrum 2. Das volle Spektrum 2. Das volle... Oh. Ähm... Ich möchte gerne eine Fackel anzünden, weil es mir hier zu dunkel wird. Da oben bist. Du schon wieder. Ach, du dir mein Gott. Ein interessanter Weg. Meine Güte. Ich möchte... Alone in the Dark. Alone in the Dark. Oder was spielen wir jetzt hier? Ach, Gott. Oh, wei. Oh, wei. Oh, wei. Oh, wei. Jetzt. So. Wir haben es geschafft. Einmal über den dunklen Pfad. Mein Gott. Mein Gott. Ist das duster. Und Speicherpunkt erreicht. Ach, guck mal. Da oben ist wieder ein... Ach so. Ah. Das ist doch hier runter. Wo geht das jetzt hier weiter? Doch hier, ja? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Jetzt müssen wir doch noch richtig springen, wa? Jawoll. Alles klar. Wollen wir jetzt hier? Hier. Oh, oh, sieht das hübsch aus. So. Komm. Ja, du würdest ja hoch springen, du Hundennappen. Mein Gott, ne. Darf mit dir. So, und wo geht das jetzt weiter? Oh, 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 oh. Ach, da drüben. Komm ich da oben dran? Ne, der reagiert gar nicht auf mich, ne? Ähm. Gott, das ist doch hier eine Kletterei. Und hoch. Und hoch. Komm her. Kann ich doch noch irgendwie... Nee, kann ich nicht. Junge, laufen, die Füße heben. Oh, 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 oh. So, wo geht es jetzt hier weiter? Speicherpunkt erreicht. Ach Gott, muss ich noch mehr von diesen Wegen gehen. Jetzt kommt bestimmt wieder der Schatten. Warum schwirrt hier ein Geist rum? Oh, jetzt muss ich schwingen. Uh, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit, Edem. Müssen wir erst darüber? Ich glaube, ja. Ja, wir müssen darüber. Ach, du Leberjot. Was, da kommen wir nicht rüber? Aber hier lang. Sag ja, Indiana Jane oder Jones spielen wir hier. So, aber es ist mal angenehm, anstatt Rätsel, so Klitterdinger. Wobei das mit dem Hangeln ist schon eine Nummer für sich. Ja, verlauf dich nicht, Junge. So, jetzt wollen wir mal gucken. Flop. Na, selbst mit Fackel, finde ich, sieht das hier sehr duster aus. Mitten im Rennen. Also weh, ich renne jetzt über die Planke, ne? Dann ist aber was los.